Die Aufgaben, um mit dem Pfadfinder von Level 11 auf Level 12 zu kommen, finde ich tatsächlich diesmal gar nicht so schlecht. Denn, ja, das sind nicht so die Grind-Aufgaben. Eine Aufgabe mit Zeitlimit finde ich nicht so geil, aber, ey, wir sollen zwölf Gegner am Heliport von Gollum Island mit Kopfschüssen töten. Das ist da hinten, da sind wir schon. Und einmal sechs Gegner mit SSG oder PSG in der Satellitenschüssel von Gollum Island in weniger als 24 Sekunden töten. Das wird ätzend, glaube ich. Und zweimal schnell drei Gegner mit Simultanschussdrohnen. Habe ich hier ausgerüstet? Ne, habe ich nicht. Falls ihr euch wundert, warum ich hier das Panther-Spray noch dabei habe. Ich habe halt mit dem Haupt-Account, also mit meinem Hauptcharakter, weil der besteht ja schon seit Release, habe ich halt noch den Bug, dass, wenn ich von einer Klasse auf den Pfadfinder wechsle, immer noch das Klassen-Item von der vorherigen Klasse habe. Deshalb musste ich das Uplink-Protokoll hier ausrüsten. Gut. Dann sind Mutanschussdrohnen. Hier. Kann ich da... Was ich bei den ganzen Klassenaufgaben vom Pfadfinder hier echt doof finde, ist, dass... halt so gut wie nichts... Ich glaube, wir hatten erst ein oder zwei Aufgaben, wo wir irgendwas mit der Klassenfähigkeit machen sollten. Ist halt echt dumm. Ist halt echt richtig doof. Nicht mehr lange. Eins, zwei, drei. So, wenn ich die jetzt auslöse, zählt das? Jo. So geht das mal. Okay. Das ist... Da hinten ist die nächste Patrouille. Wir sind aber leider zu weit weg. Ja, haben wir die Aufgabe gleich schon erledigt. Wo sind sie? Da sind sie. Verstanden. Wir auch. Kein Kontakt. Nicht mehr lange. Und... Erledigt. Doch. Ich gebe an, wenn ich das will. Oh nein, ein Helikopter. Am helllichten Tag. Und die Satellitenschüssel im Rücken. Alles klar. Helikopter außer Reichweite. Wir sind hier sicher. Gut, da sind wir wieder. Perfekt. Kopfschüsse. Zwölf Stück. Ohne Zeitlimit. Wunderbar. Ohne Fehlschuss? Nee, einfach nur... Kopfschüsse. Gut. Eins. Oh, scheiße. Nicht schlecht, Boss. Zwo. Drei. Vier. Nachladen. Fünf. Sechs. Genial. Sieben. Acht. Neun. Ich lad mal nach. Zehn. Nee, elf war das, ne? Ach, da wird ja mitgezählt da oben. Zehn. Elf. Richtig gut. Und... Das war kein Kopfschuss. Ich weiß, dass da in diesem... Ach, da unten laufen auch noch ein paar rum. Gut. So, damit haben wir die. Wunderbar. Und jetzt zur Aufgabe mit Zeitlimit. Wir sind nicht im Kampf. Sehr gut. So, die Satellitenschüssel ist... Hier. Da ist leider kein Biwak in der Nähe. Könnten da hin oder da hin. Ich will jetzt ungern da rüber und da rum. Wir gehen zu diesem Biwak. Ich weiß, da steht auch ein Auto für uns. Und dann fahren wir... Einfach der Straße entlang. Biegen einmal rechts ab an der Hauptstraße. Und dann kommen wir da irgendwann vorbei. Na, so machen wir es. US Army Restricted Area. Alles klar. Wir pfeifen dann auch auf die Autos, die jetzt gleich hier vorbeifahren. Sollen sie machen, wie sie lustig sind. Oh. Sagte er. Vorne kommt gleich wahrscheinlich das andere Auto. Da ist es schon. Moin. Hui. Feuer. Sie hat gar nichts hier. So neblig. Oh wei. Das war knapp. Wow. Lol. Schwalbe. Schwalbe. So. Okay. So, jetzt kommen wir gleich an der Sattel. An der Satellitenschüssel vorbei. Oh Gott. Tja, na gut. Feuer. Feuer. Oder auch nicht. Ist ja das für dich. Ja. Wir haben halt keine Lust zu schießen. Dann kann ich ein Feuerbefehl auch wieder... ...zurücknehmen. Wo sind wir denn? Ach, wir sind schon da. Oh, naps. So, in der Satellitenschüssel. Das heißt, hier oben. Also die, die auf diesen Stegen da oben sind. Da müssen wir allerdings auch erstmal hinkommen. Fiori scannen wäre ganz nett. Wir rollen das Feld von hinten auf. Hey, hier ist niemand? Niemand, der den Eingang bewacht? Oh, gut. Allerdings muss ich, glaube ich, selbst auch in der Satellitenschüssel sein. Ich weiß es nicht mehr. Das ist diese Aufgabe, die sorgt schon seit Verwirrung, seit sie da... Also sorgt für Verwirrung, seit sie im Spiel ist. So, Tarnung an. Tarnung wieder aus. War noch nicht so weit oben, wie ich dachte. Sagen, jetzt Tarnung an. Keine Bewegung hier drüben. Verstanden, hier bewegt sich auch nichts. So. Ich könnte ja die First Person hier aktivieren. So ein Unfug. Niemand zu sehen. Als ob du irgendwas machen willst, wenn du niemanden findest. Hey, nichts Verdächtiges in meinem Sektor. Verstanden. Keine Aktivität. Hier auch nicht. Herzlich willkommen bei Ready or Not. Gebiet sollte durchkämmt werden. Sollte es das? Na los. Wo ist der? Da. Mann am Boden! Hier sind... Was ist hier? Nichts ist hier. Genau. Nichts zu berichten. Ja. Ich glaube, ohne die Tarnung wäre ich hier voll aufgeschmissen. Kann nicht schaden, eine Suche einzuleiten. Doch. Suche einleiten schadet immer. Stimmt. Ich habe ganz vergessen, dass der Laser nicht so gut funktioniert. In der... Mit der First Person Mod. So, wir haben hier alle. Gut. Das heißt... Können jetzt... Raus. Ich deaktiviere die Mod dann wieder. So. Und Tarnung an. Ich will hoch und dann... Also zumindest hoch genug, dass ich da auf allen Ebenen was treffen kann. Natürlich kann ich von hier aus nicht gut treffen. Aber ich glaube... Ich glaube, das kriegen wir hin. Ich meine, es sind nur sechs Gegner. Tarnung dann nochmal aufladen. Wir haben hier einen. Also einen links, einen rechts. Zwei rechts. Unten ist einer. Da fehlen noch zwei. So. Probier's einfach. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Ich brauche noch einen. Ich brauche noch einen. Ich brauche noch einen. Ich brauche noch einen. Da. Jawohl. Geschafft. Nice. Haha. Wir sind so gut. Wir sind so gut. Wir sind die Besten. Wir sind Ghosts. Yeah. Nice. Oh, nice. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Vielen Dank.